Switchboard hat mir angeboten, einen Switchboard zu testen und ich habe euch gefragt, ob ihr Interesse an einem Video zum Switchboard habt und hier ist es. Vorab, ich habe kein Geld von Switchboard bekommen, lediglich die Geräte zum Testen. Und mit Geräte meine ich nicht nur den Switchboard, sondern auch Kontaktsensor, Temperatursensor, Kamera, Hub und Bewegungsmelder. Aber gleich mehr dazu. Ich könnte das Video jetzt kurz machen und sagen, ja du, bei Switchboard, da machst du nichts falsch. Ist ja jetzt auch wieder Black Friday und Links sind in der Beschreibung. Ciao, aber ein paar gute Gründe will ich dann ja doch noch erklären. Erstens, Switchboard läuft lokal, ohne Cloud, ausgenommen Kamera und der Hub. Zweitens, Switchboard bietet eine offene API. Drittens, Switchboard bietet eine eigene Python-Library, die man zum Beispiel auf dem Raspberry Pi nutzen kann. Wie cool sind die denn? Viertens, es gibt eine Alternative zur App und zum Hub in Form des ESP32. Fünftens, es ist sicher und einfach einzubauen, ohne dabei an Kabeln rumzufuschen. Dann gibt es da sicherlich noch mehr gute Gründe, wie zum Beispiel eine aktive Facebook-Community, wie man sie zum Beispiel auch von Shelly kennt. Aber ich will die Geräte erstmal zeigen. Zum einen wäre da der Switchboard-Bot. Ich habe den nur in weiß, den gibt es aber auch in schwarz. Der Switchboard kann Knöppe drücken und über ein kleines Bändchen auch wieder hochziehen. Ich habe den Switchboard zum Beispiel auf meinen Susi-Saugroboter geklebt, weil der mir im Standby zu viel Strom zieht. Zum Saugroboter habe ich auch noch ein eigenes Video. Ich könnte natürlich auch den Knopf selber drücken, aber weil der Sauger so schön versteckt und am Sofa steht, wäre das natürlich umständlich. Also, zack, automatisiert. Dann habe ich den Kontaktsensor ausprobiert und dachte erst, ne, habe ich ja. Aber Achtung, die Jungs von Switchboard, die Mädels, die Jungs, die Frauen, die Männer, die Algorithmen und diverse von Switchboard sind genial. Der Kontaktsensor hat einen eingebauten Bewegungsmelder, Helligkeitssensor und einen Knopf. Langweilig? Moment. Wenn man sich vor dem Kontaktsensor bewegt und kurze Zeit darauf die Tür öffnet oder umgekehrt, na, klingelt's? Genau, man kann automatisieren, ob man den Raum betritt oder verlässt. Das Ding ist wirklich der schlauste Kontaktsensor, den ich kenne. Ein weiterer Vorteil gegenüber meinen 433 MHz Sensoren, sollte ein Signal mal nicht durchkommen, ist es bei meinen 433 MHz Sensoren für immer verloren. Die Tür könnte also offen sein, ohne dass ich es weiß. Die Switchboard-Geräte laufen hingegen über Bluetooth Low Energy und speichern alle Zustände ab. Also Bewegung, Lichtänderung oder eben Kontakt schließen oder öffnen. Also kann man notfalls ein paar Minuten später nochmal abfragen, was denn so Sache ist. Der Bewegungsmelder ist sehr ähnlich zum Kontaktsensor, nur etwas größer und halt ohne Knopf und Kontakt. Dafür hat er eine schöne Halterung mit Magnet. Das geht am Kontaktsensor natürlich nicht, weil das ein Magnetkontakt ist. Die 3A-Batterien halten bei beiden Geräten angeblich etwa drei Jahre. Bei der Kamera ist die Halterung, die ein ziemlich cleveres Design hat, die gleiche wie beim Bewegungsmelder. Die Stromversorgung bei der Kamera geht allerdings über USB. Die Kamera funktioniert theoretisch auch als Bewegungsmelder, allerdings nur über den Hub, denn hier gilt Cloud zwar. Ist ein kleiner Minuspunkt für mich. Es handelt sich hier um ein Tuya-Gerät. Man kann also auch statt der Switchboard-App die Tuya-App benutzen und zumindest Cloud-basiert so in Home Assistant einbinden. Leider nicht lokal. Die Bildqualität sowohl bei Tag und bei Nacht ist super und es gibt eine Zwei-Wege-Audio-Funktion. Das heißt, sprechen, hören, hören, sprechen. Möchte man die Geräte nicht über den Raspberry zusammenfummeln, dann ist der Hub sicher interessant. Ein kleiner Bonus ist zum Beispiel die eingebaute Infrarot-Fernbedienung. Damit kann man über den Hub alle möglichen Geräte, wie zum Beispiel Fernseher oder Saugroboter, steuern. Was haben wir denn noch? Ah genau, der Sensor für Feuchtigkeit und Temperatur. Funktioniert auch komplett lokal über Bluetooth Low Energy und was mich überrascht hat, selbst wenn man viele Tage keine Daten abruft, bekommt man noch die alten Daten nachgeliefert. Der Bluetooth-Chip scheint also einen recht großen Speicher zu haben. Das ist ziemlich cool. Der sogenannte Mita läuft auch mit 3A-Batterien, lediglich der Switchboard läuft mit einer etwas ungewöhnlichen CR2-Batterie. Ist dafür aber auch der coolste einarmige Bandit, den ich kenne. Ja, also zusammenfassend haben mir der Switchboard, der Kontaktsensor und der Temperatursensor am besten gefallen, weil man die komplett ohne Cloud und ohne App betreiben kann. Mit ein paar Kniffen sind die mit einem Raspberry Pi und Home Assistant schnell lokal eingebunden. Wie das funktioniert, da gibt es schon genügend Anleitungen im Netz, die packe ich auch mal in die Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt wie immer zu sagen, immer schön, smart und unabhängig bleiben.